Herzlich Willkommen zum Auf Wiedersehen. Ich habe am Freitag hier gestanden und habe gefragt, wer zum ersten Mal hier ist. Es haben sich sehr viele Hände gemeldet. Ihr irritiert mich. Ich habe 48 Stunden nicht geschlafen. Ihr könnt jetzt hier nicht das Licht an und aus machen. Nein, ich habe gefragt, wer zum ersten Mal auf dem MMCD ist. Es haben sich viele gemeldet, was uns total gefreut hat, dass wir so viele neue Gesichter hier haben. Ich hoffe, diejenigen, die schon mal da waren und die, die neu waren, hat euch gefallen, was hier war. Weil uns hat das gefallen. Für uns war das mal wieder die besten MMCD aller Zeiten. Und das sind einfach so viele Faktoren, die das bestimmt haben. Ich versuche jetzt mal, ob das funktioniert. Wenn ich hier das drücke und dann das drücke und dann das. Und ja, weil die MMCD, das ist ja so eine kombinierte Therapieform. Und Nathalie war so nett. Also Nathalie übrigens, die leider jetzt nicht mehr da sein kann, weil sie Urlaub machen muss. Wer sie nicht kennt, Flederrati, die großartigste Designerin der Welt, die uns jedes Jahr eigentlich immer mit diesen großartig geilen Designs versorgt. Und normalerweise ist es immer Sonntag so, dass ich so um 15.30 Uhr mir denke, ach warte, eine halbe Stunde ist Closing, du musst mal Folien klicken. Diesmal hat sie mir einfach Folien geschickt. Das ist also noch viel awesome als eh immer schon alles andere. Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, die MMCD ist eine kombinierte Therapieform, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Also es sind halt irgendwie die Leute, die da sind, die ihm helfen, die Speaker und die Leute, die halt irgendwie bereit sind, uns ein bisschen mehr Geld zu geben, dass wir hier Knochengerüste kaufen können und so. Also was man halt so braucht. Und die MMCD sind also nicht irgendwie jetzt nur die Orga oder nur die und die, sondern die MMCD ist so ein Ding, wo wir halt auch merken, da helfen alle mit. Und das ist ein so geiles Ding und das ist einfach, wenn ihr nicht so cool wärt, hätten wir überhaupt keinen Spaß, das zu machen, dann würde es das hier nicht geben. Also wir müssen uns eigentlich bei euch bedanken, dass das so ein geiles Event ist und dass wir den Schwachsinn, den wir uns da immer so ausdenken, von euch irgendwie mit Leben gefüllt bekommen. Und deswegen ist das so von Seiten der Orga aus, wenn wir uns wirklich bei euch bedanken, dass ihr so cool seid und dass das alles so funktioniert, die Therapie. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Kein Closing ist natürlich vollständig ohne geile Statistiken. Ich weiß jetzt leider nicht, in welche Reihenfolge die kommen, aber ich habe auch noch ganz tolle Zahlen hier auf dem Zettel. Das Wichtigste kommt am Anfang, die Engel. Also das sind diese Leute, die 24 Stunden lang hinter der Bar stehen und Schunk machen, damit ihr alle versorgt seid mit dem Lösungsmittel. Also die euch irgendwie die Therapie darreichen, die Brötchen aufbacken oder irgendwie Sachen, die Waffeln backen, alles mögliche. Und von unserer Seite aus riesengroßes Dankeschön an die vielen Engel, die wir hatten. Es ist absolut Wahnsinn, was wieder passiert ist, wie viel hier geleistet wurde. Also wir machen das hier, wir stellen das hin und dann sitzen wir uns zwei Wochen lang, zwei Tage lang ja nur noch in die Chefarzt-Lounge und lassen das alles hier passieren. Und das ist nur, weil wir so geile Engel haben. Die besten Engel der Welt. Vielen, vielen Dank. Ein kurzer Hinweis, falls es noch Engel gibt, die es nicht mitgekriegt haben. Wir haben auch so Dankeschön schon verteilt. Hoffentlich hat jeder eins gekriegt. Jeder, jeder ist jedem. Wenn nicht, haut nochmal Mut sie an oder irgendwen von der Orga, damit wir das noch gefixt kriegen. Ihr kriegt auch, weil ihr so geil seid, noch ein Dankeschön hinterher geschickt. Da werdet ihr dann noch kontaktiert. Wir wissen halt vorher nie, wie viele es sind und wir können das nicht so auf Halde produzieren. So endlich viel Geld haben wir auch nicht. Aber da kümmern wir uns darum, dass ihr noch hinterher eine kleine Erinnerung kriegt, die euch hoffentlich Freude macht und die dann euch als Engel auch hier ausweist. Was haben wir denn noch so für tolle Zahlen? Es ist nicht zu Scale, aber die Zahl stimmt, die da steht. Wir haben ungefähr die komplette Getreideproduktion Darmstadt wahrscheinlich in Brötchen hier vernichtet. Das waren 1700 Stück. Kriegt ihr zu Hause nichts zu essen oder wie ist das? Das ist dann auch, wenn man zu so einem großen Filialbäcker geht und die sagen, das kriegen wir nicht hin. Könnt ihr zweimal kommen? Dann weiß man, okay, läuft. Haben wir wohl genug gekauft. Auf die Brötchen musste natürlich auch Belag drauf. Es waren irgendwie was 54 Kilo Käse und Wurst kombiniert, jeweils ca. etwas über 25. Was? Also was? Sehr, sehr viel Crushed Ice ist auch draufgegangen, aber es war ja auch warm. Da brauchen wir ein bisschen was zum Abkühlen, das ist schon verständlich. Ich glaube, wir haben keine Zahlen zum Magnum, aber es sind glaube ich über 1000 Magnum auch noch irgendwie hier gegessen worden. Ja, es gibt Quantität und Qualität und manchmal auch beides. Das ist, also Eis haben wir hier verbraucht wie in der Nordpol. Ob die Zahl damit zusammenhängt, weiß ich nicht so genau. Aber ihr habt auf jeden Fall auch gut zugelangt. Aber das ist ja auch wichtig. Also diese orale Therapie ist ein ganz klassischer Therapieansatz. Auch die Zahl hängt damit wahrscheinlich zusammen. Also wir werden da unsere Diabetes-Fachabteilung, wird in Zukunft wahrscheinlich auch weiter noch Patienten finden hier. Auch die Zahl hängt wahrscheinlich mit dem Rumverbrauch zusammen. Das ist auch sowas, wie viel Kaffee man so trinken kann an einem Wochenende. Ich habe wahrscheinlich eins davon, eines dieser Dinger bin ich gewesen. Ja, das waren die Grafiken. Ich habe also noch mehr hier, es sind 2800 Waffeln ungefähr gemacht worden. Es sind irgendwie 400 Liter Mate getrunken worden. Es sind irgendwie 20 Kilo Limetten verarbeitet worden oder so. Also das sind einfach Dimensionen, das ist völlig Wahnsinn. Ist auch ein Pro-Tipp, wenn ihr im Aldi seid und ab dem fünften Einkaufswagen kriegt ihr dann eure eigene Kasse. Ihr müsst nur aufpassen, wenn man so viele Einkaufswagen hat, wir haben es dann halt geschafft am Freitag einzukaufen und einen Einkaufswagen im Aldi zu vergessen. Also einen kompletten Einkaufswagen. Die waren dann sehr froh, als wir nach vier Stunden uns gewundert haben, wo sind eigentlich diese ganzen Spültücher, die wir gekauft haben. Und dann ist nochmal einer zum Aldi gefahren, da stand so ein Einkaufswagen, haben wir den mal mitgenommen. Die haben sich sehr gefreut, weil sie hier kein Loch hatten, das wieder in die Regale zu räumen. Das sind so Sachen, das erlebt man nur, wenn man so etwas wie die MMCD auf die Beine stellt. Das sind einfach völlig anormale Zustände und wir haben so einen großen Spaß damit. Und von unserer Seite ist es wirklich so, danke, dass ihr das alles ermöglicht, weil das funktioniert nur dank euch. Danke, dass ihr dazu beitragt, dass ihr die MMCD macht und dass ihr auch jetzt noch die MMCD mitmacht, weil nach diesem ganzen Vorgeplänkel und nach dem ganzen Statistikzeug kommen wir jetzt zu dem wichtigen, warum ich hier ja die Motivationsrede halt muss, aufräumen. Also das hier ist, ich habe es am Freitag erzählt, das ist nicht der Photoshop-Vortrag hier. Ich habe es am Freitag erzählt, wir sind hier zu Gast. Wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Die Hochschule ist toll, die gibt uns den Schlüssel und sagt, hier macht das geile Zeug, ihr seid toll. Aber wir wollen halt auch, dass die immer noch weiterdenkt, dass wir toll sind. Das heißt, hier soll am Ende wieder eine Hochschule sein. Das heißt, die Klinik muss ein bisschen zurückgebaut werden, alle Therapieeinrichtungen abgebaut werden und hier wieder sowas wie ein Hochschulbetrieb heingerichtet werden. Und da könnt ihr uns natürlich ganz toll helfen. Und was ganz wichtig wäre, wäre in dem Fall jetzt hier zum Beispiel, hier sind sehr viele Stühle drin, die können hier nicht alle rein. Und wenn jeder von euch sozusagen ein oder zwei Stühle nimmt und da sind so Schilder drauf, wo Raumnummern stehen und diese Stühle dann in den Raum bringt, wäre uns sehr viel geholfen. Das ist so das Allerwichtigste gleich mal. Wenn da jeder einen Stuhl nimmt, haben wir das in fünf Minuten gemacht. Wir haben am Donnerstag, glaube ich, vier Stunden gebraucht, sie andersrum zu transportieren. Deswegen könnt ihr uns da schlagen. Wir freuen uns, wenn es schnell geht. Und auch andere Sachen. Guckt einfach mal, ob irgendwo ein bisschen Dreck liegt, ob ihr jemanden seht, der Hilfe braucht. Weil es haben ja auch viele Leute ganz großartiges Zeug mitgebracht. Also mir fallen da, ich möchte jetzt nicht einzeln rausgreifen, aber das Hängemattenprojekt und so. Einfach diese großartigen Sachen. Und wenn da jemand jetzt sein Zeug wieder wegtransportiert, vielleicht freut sich jemand, wenn ihr da mal Hilfe anbietet beim Tragen oder so. Also guckt einfach, ihr seht ja auch, was hier so ein bisschen, das ist so aus wie eine Hochschule danach wieder. Das ist eigentlich von meiner Seite so das Letzte gewesen. Wenn ihr so irgendwie noch Fragen habt, wenn ihr euch irgendwas interessiert, sprecht uns an. Wir sind ja eh noch den ganzen Abend da, um das hier abzuräumen. Und das war es eigentlich von mir. Das waren die MMCD 2016. Dank euch waren sie hier. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr hoffentlich wiederzusehen. Und ich hoffe, die Therapieempfehlungen, die wir euch jetzt geben konnten, übers Wochenende bringen euch durchs Jahr. Und wir freuen uns auf die nächsten MMCD mit euch. Aplausos Aplausos Aplausos